So, dann geht es diesmal um den kleinen Struppi. Dieser kleine Pompom hier, das ist ein Yorkshire Tarier Mischling, circa 10 Jahre alt, aber noch total fit für sein Alter und der kann gut 16, 17 Jahre alt werden. Also das ist schon noch eine Entscheidung für eine längere Zeit. Struppi ist fit, Struppi ist freundlich, Struppi mag Menschen, Kinder, andere Hunde, also ist nichts auffällig. Er hat ein bisschen ein schwaches Herz, das muss man ein bisschen beobachten. Ansonsten ist es wirklich ein ganz netter Hund und wenn Sie diesen ganzen Stress nicht haben wollen, mit Welpen und Stuben reinkriegen und erziehen und so weiter, dann ist der Struppi genau der richtige Hund. Der hat auch Platz in einer kleinen Wohnung. Wenn Sie den Struppi kennenlernen wollen, schauen Sie einfach mal hier im Dresdner Tierheim vorbei.